Sechs Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund mit Geran schießen. Geran schießt, Tor, 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 Tor! Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben. Erb und Böse in Erasko, Nagelsmann, dann klappt das nächste Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind in dem ehemaligen Weltmeisterzug 1945 und hier sieht man Erasko, die Erbsenterrine mit Würstchen, mit frischen Möhren, das Essen, womit unser Jungs Weltmeister wurden. Jetzt wissen wir, warum es zuletzt nicht mehr geklappt hat. Da haben sie wohl nicht mehr die gute Erbsenterrine mit Würstchen von Erasko. Also an dieser Stelle nochmal den kleinen Tipp, mein Herr Nagelsmann, du siehst es. Das ist das Essen für Weltmeister. Erbsen und Würstchen, Erbsen und Würstchen, Erasko, Nagelsmann, dann klappt das nächste Mal.